Das gehört da hin, das gehört da hin, das gehört da hin. Ich weiß zwar nicht, auf welcher Höhe, aber das heißt, wir haben 20 vor 4. Ja, wir machen mal weiter. Das passt zusammen, könnte das hier ruhig daran passen, ja, passt das ja wirklich zusammen. Das könnte das hier hin gehören, das Clowns-Gedicht, das könnte hier hin gehören, meine Puzzleteile gerade mal retten. So, anbetracht der Tatsache, könnte das eventuell, ja, das passt da hin. Musik, Maestro, ich möchte gern was hören. Müssen wir eigentlich weitermachen? Wir haben doch die wichtigen Informationen schon. Ja, komm. So. Das ist noch der obere Teil der Uhr. Ich meine, ich habe auch immer so eine riesige Uhr. Ja, also. Nein. Das sind die Schuhe. Passt eher hier hin. Noch etwas. Ja. Nee, aber das passt da hin. Das aber nicht da hin. Na gut, schauen wir weiter. Ich denke mal, wenn ich mir sowas, wenn ich sowas spiele, lege ich selber Musik hinter. Das weiß ich gerade nicht, das könnte mir hier unten fallen. So. Ja, ja, Maestro, jetzt, ne? Ja, Maestro, jetzt, ne? So langsam ergibt sich ein Bild. Ah, das ist der Tisch. Und ja, ich wusste es nicht mehr. Jetzt, da ich es weiß, macht es natürlich viel mehr Sinn. Fußkurs. So, machen wir weiter. Da ist der zweite Fuß. Hier haben wir auch den Fehl im Vorhang. Ja, schwer sind diese, sind die Pudel ja nicht, ja? Die sind halt Zeitfresser, wo man die ja zurechtfinden muss. So, da rein, da rein, da rein. Ach, gucke mal an. Wieder 20 vor 4. Ah, ich kriege den Zeiger. Na gut, schauen wir, was wir noch weitermachen können. 20 vor 4 müssen wir einstellen. So, das heißt, wir drehen den hier. Praktischerweise haben wir auch direkt 20 vor 4. Was ist das denn? Ist das ein Feuerzeug? Ah, ein, ja, ein Flammenwerfer. Hust, hust. Kriege ich Schachfigur nämlich frei. Aber bitte jetzt nicht das 4 Damenrätsel. Äh, das Ziel ist, die beiden Könige nebeneinander zu stellen. Darf ich überhaupt? Ja, gut. Yeah, gut. Sollen nicht nur Blockade sein, oder wie? Aber da wäre er im Schach. Okay. Gleich muss ich unten rumgehen, ne? Ah, so langsam ergibt sich ein Bild. So. Oh, jetzt kann ich nichts mehr machen. Fast rein theoretisch, muss ich gucken. Die nämlich hochkriege. Nein, ich kann den hier hinkriegen. Aber die kann nämlich flüchten. Hä? Wie komme ich denn hier weg? Dann kann ich den da, dann kann ich den Turm da rüber. Ah. Ja. Grünacht. Ich meine, jetzt haben wir den Schlüssel. Ich hätte gesagt, das wäre Schlüssel für den Käfig. Aber... Ja. Irgendwo muss er jetzt noch sein. Ah. Ich sehe einen Hasen. Das ist das alte Spielchen. So. 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 So weit, so gut. Und was soll ich jetzt genau hier machen? Was hab ich ja getan? Dann Farben drehen? Wo kann ich denn hier Farben drehen? Und was kann ich denn hier Farben drehen? Ich hab noch irgendwas nicht offen. Das hab ich gemacht. Das hab ich gemacht. Das hab ich gemacht. Das hab ich gemacht. Das hab ich ja alles gemacht. Fernseher hatte ich die Uhr hatte ich. Das Regal hatte ich. Schachbrett hatte ich. Wase hatten wir. Bleibt doch eigentlich nur die Kiste. Habe ich denn eben schon mal versucht? Okay. Jetzt muss ich wahrscheinlich in einer Reihe. Was wollen die von mir? Unten. Wollte ich mir gerade sagen? Wenn ich die... Ah. Moment. Hier alle... Was soll ich damit machen? Meint, wenn ich jetzt das hier mache, drehen die sich alle. Wunderbar. Ich habe eine Schere. Gehe mal davon aus, dass ich hier... So. Die Anker in die Mitte. So ist es auch angezeigt. Und ich frage, ich muss den noch drehen. Okay. Wie tallt den... Ah! Wirklich. Oh, jetzt kann ich den armen kleinen Hasen befreien. Der zwar nicht beim Hut ist, sondern in der Kiste, aber er ist frei. Ha, ich habe gewonnen. Möchte ich wissen, wie lange ich gebraucht habe? Nein. Aber gut. Damit habe ich das Hauptspiel schon mal abgeschlossen. Und ich kümmere mich dann gleich um das wunderbare DLC Diabos. Bis dann.